Der Weg zum Erfolg als Immobilienmakler. Heute unser nächster Evolution Podcast mit Laura und Heinz. Und wir haben heute mal ein anderes Setup gewählt, weil wir ein bisschen improvisieren müssen heute. Und somit schauen wir uns praktisch über die Kamera so an, wir beide. Und wir haben ein ziemlich cooles Thema, Erfolg als Immobilienmakler, was natürlich sehr, sehr generell erstmal klingt. Stimmt. Wir machen das natürlich etwas spezifischer, untermalen das mit etlichen Beispielen. Und ja, fangen wir mal an. Also ich denke, dass wir ein sehr gutes Thema mitgebracht haben, das eigentlich etwas ist, mit dem sich jeder identifizieren kann. Nämlich der berühmte Weg zum Erfolg. Wir haben ja in der letzten Folge besprochen, wie man anfängt, wo geht es los, wie mache ich meine ersten Schritte. Aber dann gehört es natürlich auf eine Leinwand sozusagen von wegen, wo geht es eigentlich hin. Schritte wohin. Und das ist der erste Schritt, der da wichtig ist, dass man sich wirklich an Ziel steckt. Dass wenn ich jetzt anfange, ich werde heute zum Immobilienmakler, wo fange ich an? Und dann ist es nicht nur eine Sache davon, irgendwo anzufangen, sondern ich muss mir ein Ziel setzen. Wo will ich hin? Wo sehe ich mich in zehn Jahren von jetzt? Aber was ist das Ziel, das ich benennen kann? Ja, aber da geht es ja schon los, Laura. Denn wir stellen fest in den vielen Gesprächen, die wir führen, dass gerade bei der Frage, hey, wenn du mich in einem Jahr wieder triffst, was müsste denn passieren, damit du sagst, die Entscheidung mit mir zu arbeiten war die beste, die du treffen konntest? Oder umgesetzt, lieber Verkäufer, was müsstest du sagen in drei Monaten beispielsweise, um mir oder dir selbst sagen zu können, das war die beste Entscheidung für dich als Verkäufer, mich zu beauftragen. Und das Interessante dabei ist, dass in dem Moment, wo diese Frage kommt, häufig, und das meine ich noch nicht mal böse, aber häufig eben so Platzhalter, einfach nichts Konkretes kommt. Ja, ich müsste ein bisschen Umsatz machen und ein paar Kaufverträge abschließen. Aber es ist einfach nicht konkret. Es ist nicht konkret, es ist nicht benannt. Und wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, weiß ich auch nicht, welchen Weg ich wählen muss. Also das ist wirklich diese Handlungsbasis, sich tagtäglich sein Ziel vor Augen zu halten. Okay, aber was ist denn jetzt das Ziel? Das lassen wir doch mal darüber sprechen, weil die Leute denken ja immer, hey, das muss so individuell sein. So das Ziel, ich möchte vor allen Dingen viel so materielle Dinge, ich möchte ein Auto haben, ich möchte ein schönes Haus haben, ich möchte eine glückliche Familie haben. Das sind aber ja alles Ziele, die mit der Firma an sich im ersten Schritt ja gar nichts zu tun haben. Das ist korrekt und es ist auch eine sehr eindimensionale Sache. Ich fühle mich, als würde ich gerne mehr Erfolg haben. Das bedeutet ja gar nichts, das ist ja eine Phrasendrescherei eigentlich. So kannst du das benennen. Das bedeutet nicht, dass du hinter jeder Ecke deines Lebens irgendwelche Zahlen schreiben musst. Aber du musst doch in der Lage sein, tatsächlich das genaue Produkt zu benennen, das du erzielen musst, um vorwärts zu kommen. Also wenn ich zum Bäcker gehe, dann erwarte ich, dass ich mir da Brötchen kaufen kann, die gut schmecken und über die ich mich freue. Und dann habe ich einen guten Start in meinen Tag. Aber Laura, ich will doch Geld verdienen. Klar, dann musst du viele Brötchen backen. Ja genau, und das ist aber doch genau das Ding, wo wir feststellen, dass viele Unternehmer da draußen einfach das falsche Konzept verfolgen. Das stimmt. Weil ich bin nicht, guck mal, ich will doch Geld verdienen. Ich möchte doch mir ein tolles Auto kaufen. Ich möchte doch, und im Endeffekt sind wir ja bei dem ich, 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 ich. Aber die Firma hat ja nicht den Zweck, ich, 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 ich. Bleiben wir bei den Berliner, herzige Grüße nach Berlin. Aber das ist so das, was ich halt merke, dass die Leute da draußen einfach so wirklich das komplett falsche Konzept haben. Dass die Firma ist im Prinzip nur ein Mittel zum Zweck. Das stimmt, aber es ist in meinen Augen nicht so, dass die Leute, die dieses Konzept haben, irgendwie dumm sind oder ich weiß nicht was. Sondern es ist so, man muss, es ist natürlich leichter an sich selbst zu denken, wenn man mit sich selbst zu tun hat, wie wirklich weiter zu denken und zu gucken, wo man eigentlich hin will. Und das ist, wo du natürlich so unglaublich gut bist, Leuten unter die Arme zu greifen. Und du hast es ja so schön benannt, was genau das Produkt eines erfolgreichen Maklers ist. Nämlich sind das verkaufte Objekte in Hülle und Fülle zum Angebotspreis oder höher zur absoluten Zufriedenheit von Verkäufer und Käufer. Genau. Und dieser Satz hat es in sich. Exakt. Lass mich da kurz was zu sagen. Also ich will nochmal so auch an die Leute da draußen einfach die Botschaft richten. Und ich würde gerne noch, bevor wir da drauf gleich eingehen, was das Produkt der Firma eigentlich ist, nochmal wirklich ein paar Schritte zurückgehen. Gerne. Und einfach nochmal darüber sprechen, dass Geld, weil viele Menschen haben ja da draußen, das ist auch völlig okay im Übrigen an alle da draußen, wenn man Geld verdienen möchte, wenn man viel Geld verdienen möchte, wenn man ein wirklich tolles, erfülltes, finanziell freies Leben führen will, das ist ja total in Ordnung. Der springende Punkt dabei ist aber, und das müssen die Leute da draußen verstehen, und das kann man fast wie so ein roter Faden durch viele, viele Podcast-Folgen, die noch kommen werden, ist die Tatsache, dass Geld immer das Ergebnis, immer das Ergebnis eines Produktes, einer Dienstleistung beispielsweise ist. Also das Ergebnis von Arbeit. Ein Produkt ist ja das Ergebnis von Arbeit. Und das ist völlig egal, und ich sage es euch da draußen nochmal wirklich mit dem mahnenden Finger. Aber haltet euch fern von Dingen, wo hinter dem Geld verdienen kein Produkt wirklich steht, also keine wirkliche Leistung, keine wirkliche Dienstleistung und keine Arbeit dahinter steht, weil das in der Regel natürlich Luft ist. Wenn man jetzt, das wäre zum Beispiel das Thema wie unsere Casino Night, man muss sie mal kurz ansprechen, letzten Samstag ist sie gewesen, ziemlich cool. Alle Kunden waren sehr begeistert, das Aftershow-Video kommt jetzt bald. Aber das wäre jetzt zum Beispiel genau das, weil das ist kein Produkt, sondern ich habe einfach ein bisschen rumgezockt, ein bisschen Spiel gehabt und habe, ich sage mal, vielleicht, und wenn ich jetzt beim Poker wirklich sehr, sehr smart, sehr, sehr gut bin, dann habe ich sogar ein Produkt geliefert, weil das Produkt meiner Strategie, wie cool ich die anderen Leute ausgelesen habe, meine Mitspieler, Gegenspieler, dann ist das tatsächlich wieder ein Produkt. Und ich habe mich tatsächlich mit dem einen oder anderen Gruppier unterhalten, der mir gesagt hat, dass Roulette zum Beispiel das totale Glücksgame ist und auch andere Spiele, außer eben Poker. Und da kommt es wieder, weil beim Poker musst du halt eben echt was tun, da musst du was können, du musst eben die, natürlich die Regeln und so weiter, die sind ja beim, sagen wir mal, Roulette relativ einfach, aber beim Poker schon ein bisschen komplexer und du bist ursächlicher, weil du musst in der Lage sein, deine Mitspieler zu erkennen, du musst in der Lage sein, was ist denn da noch auf dem Tisch, was ist auf der Hand, auf den Händen, beziehungsweise was hat letztendlich der Gruppier noch im Stapel liegen. Und jetzt wird es schon spannend. Aber du musst etwas tun. Genau. Also man, ich habe mal ein sehr gutes Finanzseminar besucht und da gab es dieses tolle Beispiel von der Münze und der berühmten Kehrseite der Münze. Wenn du auf der einen Seite sagst, was du haben möchtest, dann dreh die Münze um und guck, was du tun kannst. Ja. Also nicht nur, ich will reich sein, ich will erfolgreich sein, ich will Erfolg haben, 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 sondern was, wie übersetze ich genau dieses haben wollen in tun. Was kann ich tun, um dorthin zu kommen? Und das auf der anderen Seite ist, das klingt so simpel, aber ich sage dir, darüber könnten wir wahrscheinlich eine ganze Woche sprechen, weil wenn ich mir als Unternehmer ganz klar einen Leitfaden, einen roten Faden durch mein Verhalten legen muss, dann muss es sein, dass tatsächlich jeden Tag von morgens bis abends ich sicherstellen muss, dass meine Handlungen entlang dieses roten Fadens verlaufen. Exakt. Und in dem Moment, wo du dann diese Kleinigkeiten hast, wie Dinge zu tun, die nicht tatsächlich direkt dazu beitragen, hast du exponentiell die Kurve deines Erfolges um Jahre, Jahrzehnte, wenn überhaupt, verlängert. Absolut. Und diese halben Stunden und Stunden jeden Tag, die du dann irgendwie an einem armen Auto arbeitest oder arbeitest oder damit verbringst irgendwie, okay, wo kriege ich jetzt mein Mittagessen her und dann ist da noch die Sekretärin, da braucht man auch noch neue Möbel im Büro und, 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 und. Es muss einfach alles Sinn machen, dass selbstverständlich brauchst du ein gutes Büro und so weiter, aber es darf nicht überwiegen. Genau, und um da nochmal drauf einzugehen, hier ist ja der wichtige, wirklich der wichtige Gesichtspunkt in der ganzen Sache, ist, erstens, deine Firma muss ein Produkt liefern. Ohne Produkt kein Geld, also ohne Ergebnis kein Geld. So, und das heißt, und das Produkt eines jeden Immobilienmaklers, und da beißt die Maus kein Faden ab, dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz, ist der Abschluss von Kaufverträgen zum, also in Hülle und Fülle, der Abschluss von Kaufverträgen in Hülle und Fülle zum Angebotspreis oder höher zur vollsten Zufriedenheit von Verkäufern und Käufern. Weil, wir nehmen es mal gerade auseinander, erst mal Abschluss von Kaufverträgen ist klar, weil alles, alles, was ich tue, jede Tätigkeit dient dazu, dass ich einen Kaufvertrag abschließe. Zweiter Punkt ist, in Hülle und Fülle, weil mir bringt es nichts, wenn ich einen mache im Quartal oder im Jahr, weil dann mache ich Klimmzüge am Brotkasten. Also, muss ich mehrere machen und hört auch auf, da draußen euch diese Zufriedenheitsspirale schön zu reden. Mit einer im Monat ist ja auch schön, damit kann man starten, aber am Ende des Tages, da kommen wir gleich noch dazu, kommt noch ein bisschen mehr dazu. Also, Hülle und Fülle heißt, wir brauchen viel, damit wir cooles Zeug machen können, investieren können, Marketing machen können. Du wirst ja auch unter anderem Geld verdienen da draußen. Und Geld verdienen tust du natürlich nicht, wenn die Kaufverträge gerade mal deine Kosten decken, und du am Ende of the day eben keinen Überschuss erwirtschaftest. Also, Hülle und Fülle, Punkt, aus Ende. Jetzt kommt der nächste Part in der ganzen Sache. Wir haben ja auch ein Target darin, denn wir wollen ja unsere Kunden zufriedenstellen. Verständlich. Also, einmal den Verkäufer, nämlich wir versprechen ihm eine Leistung und diese Leistung ist, hey, wir haben einen Deal gemacht zum Angebotspreis. Also, wollen wir den natürlich auch liefern, den Angebotspreis. Wir reden übrigens nicht von den Wunschpreisen der Verkäufer. Sondern wir reden vom Angebotspreis, der ermittelt wird, okay? Der ermittelt wird, ermittelt wurde. Und, beziehungsweise, oder höher. Genau. Weil wir haben ja auch eine Challenge. Also, das heißt, wir wollen ein bisschen Gamification haben. Wir wollen ein Spiel spielen. Wir wollen zeigen, dass wir extrem kompetent sind. Und wenn ihr da draußen eine sehr, sehr gute Methode anwendet, zum Beispiel die von uns, dann ist das ein sehr realistisches Szenario. Keine Garantieerklärung, aber ein realistisches Szenario, mehr als den Angebotspreis zu erzielen. Jetzt, last but not least, das Ganze, damit es auch wertvoll wird, muss es aber wertvoll im Auge des Betrachters sein. Und der Betrachter ist immer der Kunde. Weil, wenn wir jetzt im Büro sitzen und sagen, wow, wir haben aber, puh, wir sind aber wieder so toll und so cool. Aber du hast eine Kundenbeschwerde nach der nächsten, weil die das gar nicht feiern, was du machst, dann hilft dir das nicht. Also, ist in dem Produkt benannt, dass der Kunde zufrieden ist. Genau. Und zwar vollste Zufriedenheit. Und da wir aber jetzt in dem Falle bei geteilter Provision nicht nur einen haben, sondern den Verkäufer und den Käufer, wollen wir natürlich beide zufriedenstellen. Weil, meine Lieben da draußen, die Käufer verantwortlich für das Image da draußen sind. Weil die die Dienstleistung wahrnehmen und bekommen. Also müssen wir den genauso zufriedenstellen wie den Verkäufer, der uns das sowieso feiert, wenn wir das Haus, das Objekt verkauft haben. Der ist ja eh happy. Also, jedenfalls in den meisten Fällen. Also müssen wir auch hier beide Seiten wirklich zufriedenstellen. Und damit ist das Produkt safe. Und jetzt mal eine Frage nach da draußen. Schreib es mal gerne in die Kommentare rein. Wenn ich also das Produkt jetzt liefere, ich wiederhole nochmal, Abschluss von Kaufverträgen in Hülle und Fülle zum Angebotspreis oder höher zur vollsten Zufriedenheit von Verkäufern und Käufern. Dann gebt ihr mir doch bestimmt recht, dass ihr davon wirklich Hülle und Fülle dann regelmäßig und immer mehr und immer mehr machen wollt. Weil jetzt, wenn das dein Ziel ist, wenn das die wirkliche Ausrichtung ist, dann will ich doch viele Tore schießen. Und eine Firma kann doch nicht wirklich als Firma genannt werden, wenn ich das nur einmal im Jahr tue oder fünfmal oder zehnmal im Jahr. Ja, mag zwar vielleicht für den Start da gut sein, aber wenn es wirklich den Namen Firma oder Unternehmen verdienen soll, dann muss man es, da kommt wieder Hülle und Fülle, da muss da richtig Action rein. Schreibt mal rein in die Kommentare, dass man wirklich auch mal versteht oder ihr versteht, was heißt denn Hülle und Fülle. Genau. Ja, oder? Ja. Okay, so das heißt, das haben wir jetzt erstmal geklärt. Wenn ich also jetzt das Tool, also diesem Produkt, das ist das Hauptprodukt, das Haupttarget der Firma, das zu liefern und nichts anderes, also nicht Bewertungen oder Anzahl von Einkaufsgesprächen. Kein Networking. Kein Networking, das heißt nicht, dass man Networking nicht machen muss, aber das dient alles dem Weg, nicht, dass wir uns irgendwo in einem schicken Hotel treffen und sagen, boah, ich wäre das so fleißig heute, weil ich habe drei Gespräche geführt. Boah, ich habe so viele Gespräche geführt, ich habe so viele Telefonate geführt und am Ende des Tages, was ist denn bei rausgekommen? Die Leute denken, haben eine gute Meinung. Die Leute haben eine gute Meinung von mir, ja, ich bin ein toller Typ. So, Leute, das ist einfach für den Hintern. Es bringt euch nicht weiter, weil am Ende zählt nur das Ergebnis und das Ergebnis sind die am Monatsultimo beim Notar abgeschlossenen Kaufverträge. Genau. Und das ist ein Punkt, wo man sich selbst wirklich ehrlich sein muss zu sich selbst, dass man schaut, lebe ich dieses Produkt? Nicht selbstverständlich kann ich das benennen und ich arbeite daran, aber eigentlich weiß ich, dass das, was tatsächlich zählt, ist mein Gehaltscheck am Ende des Monats, was tatsächlich zählt, ist, wie cool mein Schreibtisch ist, welches Auto ich fahre und, und, und. Und wenn das wirklich von Herzen ehrlich gemeint und gedacht wird, dass mit jedem Atemzug du dich darauf konzentrierst, dieses Produkt zu liefern, dann... Und zwar alle Bestandteile davon. Wenn du dieses Produkt, wie du es gerade gemacht hast, wirklich in Teile zerlegst und dich darauf konzentrierst, jeden dieser einzelnen Teile zu liefern und dir selbst gegenüber ehrlich bist und dann kommt dir gar nichts anderes in den Sinn. Selbstverständlich siehst du dann die Notwendigkeit, oh, damit ich in Hülle und Fülle diese Aufträge bekomme, muss ich natürlich werben, muss ich natürlich dieses und jenes tun. Selbstverständlich setzt das alles in Perspektive, aber dein Antrieb, dort hinzukommen, ist der richtige, weil du weißt, das ist wie wenn du einen Marathon läufst und du hast das Ziel benannt, du weißt, wo du hinläufst, du weißt, wie weit es noch ist zu laufen. Wo die Zielschnur ist. Genau, du weißt, wann du im Ziel bist, aber du weißt auch, also ich kenne keinen erfolgreichen Marathonläufer oder Triathlonläufer, wie du neulich so ein gutes Beispiel gegeben hast, der mal da drauf losläuft und dann sich ganz recht selbst als ganz schnell empfindet und dann mal so ein bisschen im Gebüsch guckt, was da noch so rumliegt und dann ein bisschen weiterläuft und dann mal guckt, wo der Weg so hinführt. Da Sonnenblumen pflücken, Sonnenblümchen pflücken. Ja, und ein bisschen über den Acker da läuft, also so kommt keiner ins Ziel. Genau. Aber das klingt so logisch, aber man muss sich das wirklich für sich selber ausarbeiten, wie komme ich ins Ziel, von hier nach dort. Nicht nur logisch, sondern auch lustig, ja. Das ist halt wirklich auch lustig, weil wir wollen jetzt ja auch keinen hochnehmen, weil wenn wir nochmal den Abschluss von Kaufverträgen sehen, dann heißt das, ich muss oft zum Notar. Punkt, weil das sind die Abschluss von Kaufverträgen, ja. So in Hülle und Fülle heißt, ich muss halt eine bestimmte Anzahl von 1 auf 2, von 2 auf 3, von 3 auf 4. Hier mal ein kleiner Benchmark für euch. Ein guter Verkäufer, insofern er sich auf den Verkauf von Immobilien konzentriert. An alle Unternehmer da draußen heißt, Rollen werden getrennt, Einkauf von Verkauf und jemand macht nur den Verkauf, der muss mindestens viermal im Monat zum Notar. Punkt, aus, Ende. Alles darunter ist zu wenig, erarbeitet zu wenig, ja, weil wenn einer Einkauf macht und einer macht Verkauf, dann ist der Einkäufer nur für den Einkauf da, also für den Abschluss von Alleinaufträgen und der bedient den Verkäufer und der Verkäufer hat die einzige Aufgabe, die Dinger zu verkaufen, also die Häuser oder die Wohnungen zu verkaufen, ja. Und da ist jede Zahl unter vier unakzeptabel, ja, also zumindestens mal vom kurzfristigen Ziel her. So, das heißt, Hülle und Fülle, dafür muss ich natürlich Einkauf, also heißt, ich muss Marketing machen, ich muss Networking machen, ich muss Multiplikatoren machen, bla bla bla, um eben viele Aufträge reinzuholen, weil sonst komme ich ja nie auf Hülle und Fülle. Kommen wir jetzt zum Angebotspreis. Ich muss also da die Immobilien sorgsam, vernünftig einkaufen, bewerten und den Verkäufern klar machen, dass mit euch diese Wunschpreismystik ein Ende hat. Ein Ende hat, es hat ein Ende, diese Mystifizierung von, ah, ich muss ja das tun, was der Verkäufer will, bla bla bla, muss hier ein Ende haben an der Stelle, ja, also das ist dann auch die Notwendigkeit. Und die nächste Notwendigkeit ist, dass ich guten Service, also gute Delivery machen muss, weil sonst kriege ich die Leute nicht zufrieden. Das heißt, ich muss Anfragen bearbeiten, ich muss Verkäufer informieren, ich muss das Ganze transparent halten, ich muss es mit Wow-Faktor machen, damit alle happy sind. Genau. Okay, so und all diese ganzen Tätigkeiten sind nicht Selbstzweckarbeiten, sondern Notwendigkeiten eines Marathonläufers, sich ein paar gute Schuhe zu kaufen, zu trainieren, also fähig zu sein, dass er auch diese Strecke absolvieren kann und und und, oder? Genau, das ist genau richtig und es ist ein guter Maßstab, nachdem man bewerten kann, ob die Aktion, die ich mir für heute vorgenommen habe, notwendig, richtig, schön, wichtig oder vollkommen unnötig ist, weil du dann natürlich sehen kannst, oh, ich arbeite nur daran, wenn du nur daran arbeitest, Objekte, die du schon längst hast, zu verkaufen, aber nichts daran machst, neue Objekte zu bekommen, dann weißt du, dass du spätestens in einem Monat von jetzt dastehen wirst und nicht weiterweißt. Naja, aber ich habe noch keine Mitarbeiter, ich muss das ja alles alleine machen. Daher? Im Prinzip, wenn man das jetzt mal wirklich so, ich meine, wir lachen jetzt, aber das Ding ist halt wirklich, die Leute sitzen da draußen und reißen sich teilweise die Haare aus, weil da kommen wir natürlich jetzt wieder zu einem, aus meiner Sicht, ganz wichtigen Thema ist, hast du die Fähigkeit dazu? Hast du die Fähigkeit dazu oder hast du die Fähigkeit dazu, dir anzuhören, wie es geht? Also, wenn ich jetzt einen Kuchen backen muss und nicht weiß, wie man einen Kuchen backt, dann ist das auch nicht leicht. Also, ich kann mich noch sehr gut an den ersten Kuchen erinnern, mein Vater hat mich tatsächlich ausgelacht, weil, er kann sich wahrscheinlich auch noch an den ersten Kuchen erinnern, weil mir niemand gesagt hat, wie das geht, der hat eher bescheiden geschmeckt und mir war nicht klar, ich habe mich auch so gefühlt, ich habe ja keine Mitarbeiter, ich hätte da gerade zehn Leute brauchen können, der eine macht dieses, das warm, das warm, bereitet mir das vor und so weiter, der andere macht dieses und jenes und es hat sich so angefühlt, das bräuchte ich 25 Leute für diesen Kuchen, weil ich keine Ahnung hatte, was ich eigentlich da getan habe. So, wenn ich jetzt heute einen Kuchen backe, dann schaffe ich das alleine, mit Kind im Hintergrund und weiß, dass der gut schmecken wird, weil ich es kann. Echt? Echt? So, die Idee, alle diese Dinge zu brauchen, um dann ein Produkt liefern zu können, hat etwas damit zu tun, dass man eigentlich nicht weiß, wie es geht. Exakt, das ist genau der Punkt. Aber das ist wirklich der entscheidende Punkt, denn Leute, auch hier wieder ganz offen und ehrlich gehalten da draußen, es ist ja nichts Unehrenhaftes, ja, und ich habe es heute im Live-Call wieder gehabt, wo es darum ging, dass praktisch eine Erbengemeinschaft kommt und sagt, ja, hier möchte einer das Haus kaufen aus der Familie, wir brauchen jetzt eine Bewertung. Und der Makler überlegt jetzt wieder die Bewertung. Ich sage, mach doch die Finger weg. Bringt dir das Kaufverträge? Nein, also lass es doch einfach, ja. Und es ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man irgendwas noch nicht kann, ja. Ob das jetzt ein Starter oder Quereinsteiger ist und es wäre auch meiner Meinung nach, Leute, die länger schon Immobilienmakler sind, gut beraten, sich einmal einzugestehen, dass sie zum Beispiel schon seit Jahren Makler sind, aber immer noch irgendwie ein Problem mit der Akquise haben. Und das muss ja daran liegen, nicht, dass jetzt irgendwie irgendwelche Akquiseaktionen nicht funktionieren, sondern dass sie selber eben nicht wissen, wie es geht. Genau. Ja, oder beispielsweise immer wieder die Dinge, die ich höre, ja, aber ich telefoniere doch, ich mache doch alles Mögliche. Ja, ich sage, welche Ergebnisse hast du? Und das Ergebnis, ob du jetzt viele Kaufverträge machst oder wenig, das Ergebnis deiner Statistik, also deine Statistik ist ja das Ergebnis, zeigt ja, ob du etwas kannst oder nicht. Na, oder? Selbstverständlich. Und die guten Neuigkeiten sind ja, dass du wirklich diesen Weg definiert hast. Also bei dir gibt es einfach ein klares System, einen klaren Weg, den, wenn man beschreitet, tatsächlich ins Ziel führt. Genau. Aber was ist, also ich habe so den Gesichtspunkt, der aller, aller wichtigste Punkt ist das Willing oder die Bereitschaft hinzuschauen. Die Bereitschaft zu sagen, pass auf, ich bin nicht in der Lage, das zu tun, weil ich es einfach nicht kann. Und deshalb habe ich Angst, ans Telefon zu gehen oder jemanden anzurufen oder zu ihm rauszufahren, das Gespräch zu führen. Oder deshalb gehe ich auf den Wunschpreis des Verkäufers ein, weil ich einfach nicht in der Lage bin, den zu handhaben. Ja, also wirklich mit ihm zu sprechen, dass er sagt, ja, Frau Diessolm, da haben Sie recht, das stimmt, das war ein totaler Irrtum von mir, davon auszugehen, dass dieser Preis der richtige ist. Also hier ist für euch da draußen die Folge von mangelnder Bereitschaft oder eben von Willing, die Dinge echt zu tun, fangen dann eben diese Ausreden an und dieses Drumherum tänzeln und dieses Alibi-Funktionen in der tagtäglichen Arbeit. Ihr müsst euch aber darüber im Klaren sein, dass am Ende, am Ende das höchste Gericht, das höchste Gericht ist halt immer das Monatsende, habt ihr Geld auf dem Konto und die Ursache dafür ist, habt ihr genug Kaufverträge abgeschlossen. Und alles andere ist wirklich vollkommen uninteressant. Und auch die Makler da draußen, die anfangen, an der Provision rumzuschrauben, also an ihrem eigentlichen Honorar, ist auch nur ein Zeichen dafür, dass sie sich ihrer Dienstleistung nicht wirklich im Klaren sind. Dass sie nicht wirklich wissen, was sie da tun. Weil wenn ich, sagen wir mal, einfach mir meines Wertes nicht bewusst bin und jemand anders kommt und sagt mir, ich will das aber gar nicht bezahlen und ich bin noch nicht mal in der Lage zu fragen, warum denn nicht? Ja, so zum Beispiel, ja, weil alle anderen, der Kunde sagt dann, weil alle anderen Makler ja auch weniger nehmen. Dann sage ich, okay, warum denn? Warum nehmen denn andere Makler weniger? Ja, dann kann ich nur sagen, ja, warum kostet ein Ferrari denn mehr als ein Fiat Punto? Weil es einfach das geilere Auto ist. Was ist mit Ihnen los? Ja, das Ferrari ist das bessere Auto. Und wenn Sie Ferrari fahren wollen, ja, dann müssen Sie den Preis von einem Ferrari bezahlen, ja. So, ja, aber ich will kein Ferrari fahren. Ja, ist ja super, dann fahren Sie halt Punto, ist ja völlig in Ordnung. Aber ich bin halt kein Punto-Hersteller. Weißt du, so. Und, und, also all die, was ich damit sagen will, all dieses Drumherum, tut es einfach mal weg und konzentriert und fokussiert euch darauf. Und wenn etwas nicht daran funktioniert, wenn ihr nicht genügend Kaufverträge macht, wenn ihr dieses Produkt nicht liefert, dann hat das nur einen einzigen Grund. Nämlich, kannst du mir folgen? Egal. Also dann hat das einfach einen einzigen Grund, dass ihr das Ziel nicht voll im Blick habt oder noch nicht die Fähigkeit habt, dieses Ziel wirklich anzusteuern, oder? Ja. Ja, so, ich meine, du hast ja Firmen beobachtet, du hast Firmen beraten, du hast Firmen geführt. Wenn man so dieses Main-Produkt, weil jede Firma hat ja so ein zentrales Produkt. Ja, diese Firma ausmacht. Genau. So, wie oft hast du denn festgestellt, dass das ein Riesenproblem war? Bei erfolgreichen Firmen ist dieses Produkt klar. Und bei nicht erfolgreichen Firmen, um nicht erfolglos zu sagen, ist das eben nicht klar. Also, ich denke, das ist wirklich der gemeinsame Nenner von jeglichen, also denk mal, welches Auto fährst du gerne? Fährst du dieses Auto, weil es ein cooles Auto ist oder fährst du das Auto, weil die tolle Werbung machen oder weil das guten Kaffee gibt, wenn du dorthin gehst und, und, und. Und vielleicht gehst du da auch gerne hin, weil da ein guter Service ist, aber am Ende des Tages wirst du dir kein Auto kaufen, weil der Service nett ist. Bei Fiat oder wo auch immer gibt es bestimmt auch guten Service, aber du würdest dort nie hingehen. Absolut. So, diejenigen großen, kleinen Firmen, die liefern, die ein klares Produkt haben, sind diejenigen, wo man hingeht. Und überhaupt gesehen davon, also, da ich das Produkt Fiat kenne, weil ich auch schon mal eingefahren bin, weiß ich, warum ich den nie wieder fahren werde. Ja, so, aber, ja, du hast recht, genau, exakt. Und diese Sache ist wirklich, jetzt um anzuknüpfen an unseren letzten Podcast, wenn wir sagen, wo fange ich an, du benennst dein Produkt und dann fängst du an, im Schritttempo, ist egal, du fängst an, diesen Marathon zu laufen, diesen Weg zu begehen, nämlich von da, wo du jetzt bist, in gerader Linie hin zum Ziel dieses Marathons. Und du fängst an, dich selbst in Bewegung zu setzen. Ja, ja. Und du setzt einen Fuß vor den anderen und du gehst nicht nach links oder nach rechts. Und dann wirst du selbstverständlich Hürden überkommen müssen und, und, und. Und daher gibt es dein Coaching und daher gibt es so viele Hilfe, die wir wirklich zur Verfügung stellen. Aber am Ende des Tages muss das Produkt klar sein, was wir hier eigentlich tun. Was macht einen guten Makler aus? Und das ist jetzt durch das, was du so schön definiert hast, wirklich erreichbar. Genau. Und wichtige Sache ist, liebe Leute, jeder Makler hat das gleiche Produkt. Ja, es gibt keinen Unterschied des Hauptproduktes. Ja, hört auf, euch da irgendwelche Märchen zu erzählen. Das ist das Produkt eines Maklers. Das ist das Ergebnis der Arbeit eines Maklers. Jetzt liegt es an euch da draußen, das auszuschmücken. Wie schön, ob das jetzt rosa Schleifchen hat oder rote Schleifchen oder lila Schleifchen, rote, was auch immer ihr wollt und Spaß dran habt. Wie ihr das, jetzt könnt ihr dem Ganzen eure Würze geben, eure Feinheiten, persönliche Note geben. Aber im Endeffekt ist das das, was die Kunden von euch erwarten, das ist das Produkt und nichts anderes. Oder? Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Für heute. Ade Viderci. Bye-bye. Wir melden uns ab. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.